Nachdenkseiten Die kritische Website BSW-Machtkampf Auf dem besten Weg, das BSW zu einer Partei zu machen, von der es nicht noch eine braucht. Ein Kommentar von Tobias Riegel Gegen das Verhalten des Thüringer BSW-Landesverbandes bei den Sondierungen für eine mögliche Koalition gibt es scharfen Gegenwind, auch von der Bundesebene der Partei. Zu Recht, wie ich finde. Für das Bündnis Sarah Wagenknecht BSW gehen in Sachsen in dieser Woche die Sondierungsgespräche mit CDU und SPD weiter. In Brandenburg einigte sich die Partei mit der SPD schon auf ein Papier, um nun in Koalitionsverhandlungen einzusteigen, in dem es heißt, die Stationierung von US-Raketen auf deutschem Boden sehe man kritisch. Es brauche mehr Abrüstung und Rüstungskontrolle. Die Thüringer BSW-Spitze um Katja Wolf einigte sich dagegen mit CDU und SPD nur auf die Feststellung, sich in der Außenpolitik uneins zu sein, wie die Welt berichtet. Zitat CDU und SPD sehen sich in der Tradition von Westbindung und Ostpolitik. Das BSW steht für einen kompromisslosen Friedenskurs, heißt es in der am Montag verkündeten Einigung. Zu Waffenlieferungen an die Ukraine sei man unterschiedlicher Meinung, aber für Frieden seien eben alle. Uneinigkeit in der Außenpolitik, aber Weg frei für die Landespolitik. Zitat Ende. Sarah Wagenknecht bezeichnete die Thüringer Einigung im Spiegel, sowie den Vorgang, dass das Thüringer BSW mit den anderen Landtagsfraktionen zuletzt gegen die AfD vorgegangen sei, als Fehler. Wenn CDU und SPD den Eindruck bekommen, dass das Thüringer BSW sich elementare Positionen wegverhandeln lässt, macht das gute Koalitionsverhandlungen nicht leichter. Man hätte sich am in Brandenburg gefundenen Kompromiss orientieren sollen. Doch nicht nur in der Friedensfrage, auch in der Thüringer Landespolitik bleibe das Sondierungspapier hinter ihren Erwartungen zurück, sagt Wagenknecht gegenüber der Welt. Es ist vor allem da stark, wo wir uns mit der CDU einig sind, also bei Fragen der Migrationspolitik und der inneren Sicherheit. Beim sozialen Wohnungsbau, dem Erhalt der Krankenhäuser, einem Corona-Amnestie-Gesetz oder einer besseren Kontrolle des Verfassungsschutzes, falle man hinter die eigenen Ansprüche zurück. Da muss bei den Koalitionsverhandlungen noch viel erreicht werden, wenn wir unsere Wähler nicht massiv enttäuschen wollen, sagte Wagenknecht demnach am Dienstag. Das Thüringer Sondierungspapier findet sich verlinkt innerhalb des Artikels. Unsere Wähler haben mehr verdient als blumige Worthülsen. Sehr deutliche Worte zu den Sondierungen in Thüringen finden die Bundestagsabgeordnete und parlamentarische Geschäftsführerin Jessica Tatti und der BSW-Schatzmeister Ralf Suikath in einem aktuellen Gastbeitrag bei T-Online. Zitat Es könne kein Thüringer BSW geben, das eine CDU-konforme Außenpolitik mittrage und die von Friedrich Merz theatralisch beschworenen Grundsätze der Union stütze, so Tatti und Suikath. Wir sind keine willfährigen Mehrheitsbeschaffer für Vogt. Wir werden nicht vor März kapitulieren. Es müsse auch Katja Wolf klar sein, wenn wir in eine Regierung gehen, dann für die Bürger und die Inhalte des BSW. Zwei Drittel der Menschen in Ostdeutschland würden keine US-Raketenstationierung in Deutschland wollen. Sie hätten Auswirkungen auf das ganze Land, auch auf Thüringen. Ob es da so abwegig sei, dass man als Landesregierung seine Wähler vertrete, wird gefragt. Und ob es etwa eine solche Unverschämtheit sei, dass sich eine Parteivorsitzende für die Versprechen einsetzt, die sie im Wahlkampf gegeben hat. Die Politiker warnen. Zitat Katja Wolf und die BSW-Landtagsfraktion begehen einen schweren politischen Fehler, wenn sie sich dem transatlantischen Treueschwur eines Friedrich Merz beugen. Mehr noch, sie tappen in eine Falle. Zitat Ende Beim Lesen der Präambel und des Thüringer Sondierungspapiers frage man sich, wo sind unsere zentralen Forderungen geblieben? Das sei definitiv nicht das, wofür man all die Anstrengungen und harten Konflikte auf dem Weg aus der ehemaligen Partei bis zur Gründung des BSW auf sich genommen habe. Und erneut Zitat Zitat Ende Kritisch zu den Vorgängen äußerten sich unter anderem auch der BSW-EU-Abgeordnete Friedrich Pürner, der etwa in einem Beitrag bei Tichys Einblick den Abbruch der Koalitionsgespräche fordert. Katja Wolf Das haben wir hart verhandelt In Erfurt plant BSW-Landeschefin Katja Wolf derzeit weitere Gespräche mit CDU und SPD für eine Brombeer-Regierungskoalition. In sieben Verhandlungsrunden will man den Koalitionsvertrag erarbeiten und weist die Kritik aus den eigenen Reihen zurück. Wir haben mit unserer Präambel gezeigt, wie elementar uns die Friedensfrage ist. Das haben wir hart verhandelt, sagte Katja Wolf am Dienstag gegenüber der Welt. Gefahr der Entzauberung Ich stehe Beteiligungen des BSW an Landesregierungen noch eher skeptisch gegenüber, wie ich schon kürzlich im Artikel »Schräges Theater in Thüringen« geschrieben habe. Zu groß finde ich noch die Gefahr, dass sich die junge Partei abnutzt, dass sie sehr früh faule Kompromisse eingehen muss und dann leicht angreifbar und zu entzaubern sein wird. Ich sehe die Rolle der Partei noch vor allem in einer starken und konsequenten Opposition, auch weil diese Rolle unter anderem wegen des Ausfalls der Linkspartei sehr lange überhaupt nicht ausgefüllt wurde und eine solche Stimme meiner Meinung nach von vielen Bürgern sehnlichst erwartet wird. Das Bild, das sich das BSW nur um mitzuregieren an die grob zugespitzt formuliert Kriegs- und Corona-Parteien anbiedert, und dafür wichtige Positionen opfert, muss verhindert werden. Sonst ist der wichtige Erfolg bei den kommenden Bundestagswahlen in Gefahr. Andererseits möchte niemand destruktiv erscheinen, sich aus der Verantwortung stehlen oder ein Bundesland in die Unregierbarkeit führen. Es ist vertragt und es ist von Fall zu Fall zu entscheiden. So ist Brandenburg bereits anders einzuordnen als Thüringen. In Thüringen hat der BSW-Landesverband, anders als etwa in Brandenburg, zuletzt einen verheerenden Eindruck hinterlassen, der zahlreiche BSW-Anhänger geradezu vor den Kopf gestoßen hat. Darum stimme ich auch den oben wiedergegebenen Ausführungen von Tati und Suikath voll zu. Außerdem, im sich nun entfaltenden innerparteilichen Machtkampf muss sich Katja Wolf bewegen und nicht Sarah Wagenknecht. Denn diese formuliert das, was meiner Meinung nach die große Mehrheit der BSW-Wähler denkt. Wolf sollte sich das schnell zu Herzen nehmen, denn, um nochmal Tati und Suikath zu zitieren, Wenn die Glaubwürdigkeit auf dem Spiel steht, ist es besser, aus der Opposition heraus gegen die falsche Politik einzustehen, die andere Parteien machen. Das gilt umso mehr für eine so junge Partei. Der Abschluss ist scharf formuliert. Wer das nicht kapiert, wird vielleicht schnell Ministerin, ist aber in unserer Partei falsch. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Lasst uns über die Nachdenkseiten, wir alle in der Frieden fern. Wir freuen uns über die Nähe des Jahres, Und das ist ja wirklich überllessend. Und das ist das, was ich an der Stelle benötige, wir alle in der Lage sind. Wir alle in der Luft sind. Untertitelung des ZDF, 2020